Start up your engines! Aufgehüpft auf die Jetskis und los geht's im Rennen bei Tidal Blades Banner Festival. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einer Review zu Tidal Blades Banner Festival. Ja, ein Spiel für 2-5 Spieler, ab 8 Jahren 30 Minuten geht das Ganze und es ist von Lucky Duck Games bzw. von Druid City Games so rum. Und ja, um was geht es hier in Tidal Blades? Wir haben hier sozusagen die Familienvariante, so ein bisschen eine Art Stichspiel, denn wir versuchen hier Karten auszuspielen, den Jetski einmal umrunden zu lassen oder durch das Tor zu fahren, um dann eben genug Punkte zu machen, um aber auch Früchte sammeln, die wir dann in dem Festival sozusagen futtern können. Aber eigentlich geht es darum, ganz ganz viele Siegpunkte zu machen und ich zeige euch mal so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. In Tidal Blades Banner Festival versucht ihr das Rennen zu gewinnen, indem ihr ganz viele sozusagen Stiche macht und diese Banner bzw. diese Profit Tokens zu erhalten. Wer die meisten Profit Punkte hat, gewinnt das Spiel. In diesem Spiel gibt es 4 Farben, die auch hier erkennbar sind und in einem 5-Spieler-Spiel gibt es diese Nullerkarten, die sowohl hier die Zahl obendrauf haben, als auch den Effekt. Je kleiner die Zahlen, desto größer der Effekt natürlich, denn man möchte ja Stiche gewinnen und diese Effekte triggern quasi nur, wenn man den Stich verliert, also letzter ist, denn das ist natürlich mit einer höheren Karte sehr viel schwerer, deswegen sind die Effekte bei höheren Karten wie hier auch viel stärker. Die Zahlen gehen von 1 bis 9 und das sind sozusagen die Wertigkeiten, die ihr dann jetzt hier in dieser Runde habt. Jeder Spieler erhält sein Kartendeck hier, das von groß 28 nach klein 1 hier gestapelt wird, nebendran gelegt. Jeder Spieler erhält hier seine Banner, also seine Chips hier und dann muss das Boot hier jeweils auf die 1 gesetzt werden. Wir haben hier nämlich die Runden hier 1 bis 8 und das Tor wird hier auf die 4, auf die gelbe Seite hier gestellt. Ihr seht, dieses Spiel ist in 4 Quadranten aufgeteilt, jeweils die Farbe hier, wovon man die Wertigkeit der Karten sieht. Also hier ist quasi die Trumpffarbe orange, dann gelb, dieses türkis und lila. Hier an dieser Seite ist es gelb und so weiter und so fort. Dann habt ihr das ganze Spielfeld nochmal in 2 Hälften aufgeteilt, was wichtig für diese Tower hier ist. So, jetzt werden jedem Spieler 8 Karten ausgeteilt und dann kann es auch schon losgehen. Jeder Spieler wählt nun eine Karte und spielt diese verdeckt aus. Das heißt, hier gilt es darum, wenn man gewinnen möchte den Stich, möchte man hier eine gelbe Karte haben. Wenn man den Stich verlieren möchte, ist es sinnvoll, die orange Karte zu legen. Ich versuche jetzt mal hier, da ich keine hohe Karte hier habe, sozusagen eine mittlere Karte zu spielen. Und ich nehme jetzt mal hier diese 6. Die wird hier hingelegt. Jeder andere Spieler spielt auch seine Karte und dann decken alle Spieler ihre Karten auf. Dann wird geschaut und der Reihe nach aufgelöst. So, in dem Fall haben wir nur eine gelbe Karte. Das heißt, diese Karte gewinnt den Stich mit der 7. Das heißt, der Effekt wird nicht gespielt, sondern die 7 hat gewonnen. Jetzt darf also hier der grüne Spieler zum Beispiel bis zum Tor vorfahren. Das Ziel ist es nämlich, wenn man eine komplette Runde fährt, das heißt, das Tor wird nach dieser Runde von dem Gewinner ein bis vier Felder nach vorne gestellt. Und sollte das Tor zum Beispiel hier sein und der grüne Spieler umrundet hier über die 8 auf die 1 das Feld, dann darf er die oberste Karte aufdecken. Und das bedeutet, dass er am Spielende einen Siegpunkt hierfür bekommt. Sollte er es nochmal schaffen, umrunden, dann darf er die nächste Karte aufdecken, was dann schon drei Siegpunkte wert wäre. Und immer wenn er aufhält, fünf endet, gibt es eine Frucht. Die Früchte erkläre ich gleich. So, das wäre mal das hier. Dann sieht man, dass Orange die niedrigste Trumpffarbe ist. Und das wäre also dieser Spieler hier. Das heißt, er darf jetzt diesen Effekt ausführen. Nirok, gain one fruit and advance your watercraft to spaces. Ja, er bekommt jetzt eine dieser Früchte aus der Mitte und darf dann hier sozusagen zwei Felder mit seinem watercraft hier nach vorne rücken. Und genau, das ist der Effekt. So, dann gibt es jetzt noch die beiden hier. Die Spieler, die sind ja sozusagen in der Mitte. Das heißt, weder Verlierer noch Gewinner. Und die Spieler dürfen jetzt hier in diesem Quadrant, weil dieses Tor ja hier drin steht, den Weg hier entlang laufen und schauen, was das erste Feld ist, das auf ihre Karten zutrifft. Ja, hier haben wir Odd, das heißt Ungerade. Dieser Spieler hier hat eine ungerade Zahl gespielt. Das heißt, er darf jetzt hier seinen Marker drauflegen und gleichzeitig bedeutet dieses Zeichen, dass er nochmal eins drauflegen darf. So, hätte ich auch eine ungerade Karte gespielt, dürfte ich ebenso auf dieses Feld. Also, es ist jetzt erst besetzt, wenn alle Spieler, die in dieser Runde was draufgelegt haben, ja. Das heißt, wenn in der nächsten Runde oder irgendwann wieder das Tor hier sein sollte und ein Spieler wieder hier Odd hätte, dann würde er durchlaufen und auf das nächste mögliche Feld, was seine Karte, ja, was auf seine Karte zutrifft, dann legen. Ansonsten wandert er in den Tower. Zeige ich euch aber gleich nochmal. So, das würde jetzt so passieren. Ich habe eine Even Number, die gibt es halt hier nicht. Aber das erste Feld, das hier zutrifft, ist das hier. Denn wenn man eine lilane oder eine türkise Karte gespielt hat, dann legt man seinen Marker hier drauf und dann bekomme ich hier sozusagen auch eine Frucht aus der Mitte. Danach werden die Karten natürlich abgeworfen. Der Gewinner dieses Stiches, der darf das Tor wieder versetzen und da ist natürlich dann Programm, wenn er jetzt hier zum Beispiel sieht, okay, ich kann hier mit hohen Karten gewinnen. Guck mal, ich nehme mal hier die 9 und spielt die dann zum Beispiel aus. Wobei, wenn er sie halt als Verliererkarte spielen möchte, was ja zum Beispiel hier sinnvoll wäre, könnte man auch machen. Das heißt, er stellt das Tor 1, 2, 3, 4 hierher und versucht jetzt mit dieser Karte zu spielen. Alle anderen spielen dann wieder eine Karte aus und dann wird wieder geschaut, was ja, ob man gewinnt oder nicht. Wenn das jetzt wieder hier so gewesen wäre, kann man hier wieder kurz mal auswerten. Dann sieht man jetzt, dass Lila tatsächlich mit einer 1 hier gewonnen hat. Ja, weil die anderen Karten sind natürlich alle höher, doch die Trumpffarbe ist Lila. Das heißt, der Spieler fährt sein Fahrzeug, wie er es perfekt geplant hat, hier nach vorne und hat schon fast das Tor umrundet, während die beiden Spieler hier, also ich und der andere hier, die letzten sind. Aber hier gilt immer noch die Zahl, das heißt, die 2 ist niedriger als die 9, somit bin ich der Verlierer und darf diesen Effekt ausführen. Place a banner in the quadrants nearest available space. Das wäre der Quadrant. Ich würde quasi hier einen Banner hinlegen, würde dann wieder ein weiteres bekommen. Und hier die 9 hat jetzt leider nicht den niedrigsten, darf den Effekt also nicht spielen. Denn das würde bedeuten, dass sie diese Karte nur einmal spielen darf, sie aber dann in den Scoring Pile kommt. Das heißt, sie würde dann hier reinkommen, gibt am Schluss dann 5 Siegpunkte, wenn das die niedrigste Karte wäre, die gespielt wurde und so weiter und so fort. Ja, hier kann es natürlich vorkommen, dass die Früchte verteilt werden, bis nichts mehr drin ist. Und wenn nichts mehr drin ist, dann kommt es zu einem Fruit Festival sozusagen und dann wird geschaut, wer hat die meisten Früchte. Das wäre in dem Fall ich und ich bekomme dann hier die Anzahl der Früchte als Punkte. Das heißt, ich würde mir dann diese Banner hier nehmen und würde 5 Punkte erhalten, während die anderen die Hälfte aufgerundet erhalten. Das heißt, der hier würde dann 2 bekommen, der hier 1 und der hier auch einen Punkt und dann werden die Früchte wieder hier zurück in die Mitte gelegt und das Fruit Festival wird dann sozusagen immer zwischendrin ausgelöst. Ja, dann wenn alle Karten ausgespielt wurden, dann ist es soweit. Jetzt wird dann gezählt, wie viele von diesen Punkten hier, also die Mehrheiten werden hier gezählt. Das heißt, man schaut dann hier die eine Hälfte. Wie sieht es da aus? Okay, ich habe hier definitiv die Mehrheit. Das heißt, der mit den meisten bekommt 6 Punkte, der nächste dann 3, der nächste dann einen Punkt. Das heißt, man muss ja mal gucken wegen Gleichstand. Aber in dem Fall würde ich jetzt hier 6 Punkte bekommen, der rote Spieler würde hier 3 Punkte bekommen und die einer von den beiden, ähm, ne Quatsch, nur der ist hier noch, der würde dann einen Punkt erhalten. Hier drüben das gleiche, ja, da schaut man dann auch mit der Mehrheit und hat dann die 2 Hälften sozusagen, ähm, abgehandelt. Wichtig, danach werden alle Banner wieder an die Spieler zurückgegeben, die sich nicht im Tower befinden. So, das heißt, diese gehen alle weg, aber hier sind die beiden Tower, das heißt, hier bleiben die, ähm, Banner oder diese, diese Tokens hier erhalten. Das heißt, für die nächste Mehrheitenwertung in der 2. und 3. Runde sind die natürlich, äh, gut, denn, ja, man hat dann schon automatisch einen Vorteil hier drin. Nach 3 Runden ist das Spiel dann vorbei. Wie gesagt, jede Runde werden dann wieder die Karten gemischt, ausgeteilt und, ja, dann wird natürlich zusammengezählt. Abhängig davon, ähm, wie viele hier stehen, hat man dann die Punkte. Wie gesagt, wenn man zum Beispiel hier auf diesem Feld hier stehen bleibt, ja, dann bei 3 kann man sich hier eine Frucht aus der Mitte holen. Das machen dann diese Karten hier. Es gibt hier noch verschiedene Effekte, dann, dass man einmal drumrum darf und so weiter. Und, äh, dann natürlich eure Punkte hier zählen und, ja, dann wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Ja, Banner-Festival. Tidal Blades ist ja nach wie vor eine sehr coole Reihe, also von der Optik her. Es ist ja quasi ein richtiges, wie das MCU haben wir ein Tidal Blades-Universe, ja, das TBU quasi. Und, ähm, das erste habe ich ja noch da oben stehen, eine riesige Schachtel. Das heißt, äh, Tidal Blades, was dann eher so Würfel, Würfel, ähm, ja, ein Würfelspiel war, bei dem man auch Proben, ähm, schaffen muss und sozusagen, ähm, ja, ein Dice-Chucker und neue Würfel ergattern. Dann das Rollenspiel oder das Rollenspielartige mit Storybook, das ist ja noch nicht raus. Und dann haben sie jetzt irgendwie noch das hier gemacht, was sozusagen im Target in Amerika und so, äh, also hier in Deutschland noch nicht erhältlich ist, ähm, dort aber verfügbar ist. Ja, kostet nicht so viel und ist eher so für die Familie oder den Gelegenheitsspieler gedacht. Ja, ich glaube, in diese Ecke geht das Ganze auch, aber ich weiß nicht so recht, ob das da auch überzeugen kann. Also für uns, ich habe das in einer kleinen Runde gespielt, sowohl mit zwei, als auch mit einer größeren Runde, fünf Spieler. Ähm, ich finde das System ganz cool, dass man, ähm, Karten erstmal verdeckt, dann aufdeckt und dann guckt, wer sticht denn jetzt eigentlich wen, ja. Ja, wie gesagt, ob das ein Stichspiel jetzt ist, kann man sich, äh, drüber streiten. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ich glaube, es steht auch hinten drauf. Ähm, auf jeden Fall versucht man halt, ähm, der Gewinner des Kartenausspielens zu sein. Ja, der Clou ist aber, ähm, je nachdem, wo die, wo das Gate steht, da wird ja die Farbe bestimmt und auch die Stichstärke oder, oder die, die, die Trumpffarbe, sage ich mal, oder die Wertigkeit der Karten. Und, äh, basierend darauf kann man natürlich auch die Karten spielen, um zu hoffen, dass man den Stich kriegt oder auch nicht. Weil, wenn man den Stich bekommt, ja, dann darf man sein Boot bis zu dem Tor fahren. Ja, wenn das natürlich eine große Strecke ist oder dann es dann schafft, einmal zu umrunden, dann bekommt man natürlich immer mehr Karten und kriegt dann auch mehr Punkte. Also, eben diese, diese Punkte-Karten hier, nicht Karten auf der Hand, ähm, aber letztendlich, ähm, möchte man vielleicht auch die Aktionen oder die Fähigkeiten auf der Karte nutzen, ja. Das heißt, wenn man der Verlierer des Stiches ist, dann darf man die Aktion auf der Karte machen, was auch cool sein kann. Eben bei fünf Spielern darf man sogar eine komplette Runde machen, also bis zu dem Tor, ähm, oder was, komplett bis zum Tor? Oder komplett umrunden auf jeden Fall, sehr, sehr, sehr mächtig. Und, ähm, ja, zusätzlich kommt dann noch das Element, dass die, die eben nicht gewinnen, in der Mitte noch was machen können. Das finde ich eben cool, dass jeder, der, ähm, ja, jeder etwas bekommt. Das mag ich eigentlich an dem Spiel und das ist so quasi dieses, feel good, man bekommt immer irgendwas. Blöd ist halt nur, dass man nicht so richtig planen kann, weil letztendlich sage ich, okay, ich hätte gern diese Funktion. Ah, also diese Fähigkeit, die bringt mir schon viel. Ha, ich spiel mal eine 3. Ich glaub nicht, dass jemand was Kleineres hat, vielleicht doch. Ah, jetzt hat jemand eine 2. Super. Und jetzt komm ich quasi mit dieser Farbe in die Mitte, die mir dann halt zwei Früchte gibt. Ja, okay. Wenn man eine gewisse, wenn man den Früchtepool leergeräumt hat, kriegt dann der, der die meisten Früchte hat, eben die Punkte. Aber das ist, das fühlt sich halt manchmal sehr zufällig an. Das heißt, eigentlich plane ich so ein bisschen was zu machen, aber eigentlich könnte ich wahrscheinlich einfach eine Karte mischen, eine spielen und gucken, was rauskommt, weil man kriegt ja immer was. Und so zerbreche ich mir auch nicht den Kopf, was ich gern spielen würde. Oder wenn man natürlich Karten zählen kann und abwägen kann, was die anderen so haben. Ja, von mir aus, dann hat man da die gewisse Strategie und kann dann sozusagen abwägen, was denn noch im Spiel ist. Ja, aber ist ein bisschen schwierig und vor allem auch bei kleiner Spielerzahl ist es auch ein bisschen problematisch, weil wenn man zu zweit spielt, deckt man weitere zwei Karten auf. Es spielen also zwei Dummy-Spieler mit. Ist zwar ganz gut gelöst, weil man deckt eine auf und eine ist verdeckt. Das heißt, man hat eine Information, was man ja nun mal nicht hat, was die eine Karte ist. Also wenn da jetzt halt eine Acht-Lila ist, dann werde ich wahrscheinlich keine Sieben-Lila spielen, um in der Hoffnung, ich könnte den Stich gewinnen. Aber kann dann vielleicht ein bisschen anders taktisch agieren, wobei dann die andere verdeckte Karte immer noch Glück ist, was da drunter ist. Und bei drei Spielern ist es ja eben so, dass dann eine verdeckt ist. Ja, es ist halt spannend natürlich, wenn man aufdeckt, hat man es geschafft oder nicht. Aber letztendlich ist der Planungsaspekt, den man eigentlich durch ein Stichspiel, ja, man kann ja dann, klar weiß man nicht immer, was andere haben, aber man kann ja so ein bisschen darauf hinspielen. Aber wenn dann alles verdeckt ist und dann aufgedeckt wird, hat man ja eine komplette Wundertüte eigentlich. Ja, und letztendlich kann es halt, also als wir es gespielt haben zu fünf, waren alle so, okay, was ist jetzt gerade passiert? Wieso habe ich gewonnen? Ja, jetzt ist halt irgendwas passiert. Und manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück. Hat dann eh wieder doch eine Frucht mehr und holt sich dann die Punkte. Also mir gefällt die Aufmachung, mir gefällt das Material, mir gefällt die Art und Weise, dass man immer wieder was bekommt und nicht sagt, ah, jetzt habe ich den Stich verloren oder jetzt bin ich in der Mitte und, ja, blöd, jetzt kriegt nur der was, ja. Wäre schade bei einem Spiel, bei dem das Glück recht hoch ist, aber letztendlich hat man es irgendwie kaum in der Hand und es fühlt sich ein bisschen einfach zu wenig an. Also ich will, dass es mir mehr gefällt. Ich habe jetzt ein paar Mal gespielt und merke, ah, irgendwie geht das Konzept nicht so richtig auf. Ja, ich weiß nicht, ob es in Amerika bei Familien super ankommt, weil es eben so, es hat schon ein paar Regeln, also so einfach ist es nicht, obwohl, auf was man achten muss auch. Ah, hier, Mehrheit da und, ah, das hier und das muss ja dahin, das geht da nicht durch und, ah, also man muss schon auf einiges achten, sage ich mal, aber vielleicht kommt es bei denen ein bisschen mehr an. Ich weiß aber nicht, ob ich das mit meiner Familie spielen würde, könnte. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Spiele, die da etwas, ja, interessanter sind, ja. Wie dem auch sei, kennt ihr Tidal Blades Banner Festival? Habt ihr das vielleicht auf der Messe mitgenommen? Was sagt ihr dazu? Ähm, ihr habt jetzt so ein bisschen gesehen, äh, stört euch das vielleicht dann spielen, dass wir dann, ihr wollt ein bisschen was planen, zu viel Glücksaspekt, aber dann steht man am Schluss da und denkt sich, ja, jetzt habe ich gewonnen, cool, äh, was ist da gerade passiert? Ja, schreibt es in die Kommentare, lasst gerne Daumen, Abo da. Das war, ähm, das Review zu Tidal Blades. Irgendwie will, will ich, dass es mir gefällt, aber es hat in unseren Partien leider nicht so gezündet. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!